Oh Wüste Mario, Luigi Entschuldigt, habt ihr lange warten müssen? Und seid ihr bereit? Passt mir bitte ganz ganz genau Prinzessin Peach auf Wir kommen bald wieder Also ihr zwei los Wir gehen nach Little Toad Town Kämpft Peach jetzt mit oder muss ich da einfach nur Prozessen Passt gut auf Kämpfen kann es aber Habe ich nicht vergessen etwas wichtiges zu sagen Ja genau Der wird jetzt Die jetzt weiter Wow Ja Krieg nach Teppich War klar typisch wieder Maui Ich wollte dir noch etwas sagen Wenn die Prozessen von der Bitfläche verschwindet So wie jetzt Dann kommen sofort Monster Also lasst uns jetzt Peach nicht aus den Augen Wenn sie die Prozessen zu weit vorwagt Dann sprich sie einfach darauf an Ich habe ihr gesagt Dass sie dann ganz einfach die Richtung wechseln soll Also ich verlasse mich auf euch Oh da muss ich ihn haben Mann Da muss ich ihn haben Da kann ich nix machen Ein Kaktus mit Shai-Kai-Masken Oh gut Ey jetzt hat er ihn geschlagen Ah Wow Wie soll ich denn jetzt machen So Ey Jungs Wie willst du denn das ausweichen Jetzt ohne Mist Nein ich Es wird ja schon schwieriger Das soll ich mal das Feuer gehen Das macht sich Wie kann man denn da so erscheinen Was der macht Alter Wurde ich irgendwie erkennen können Oh Der wirft über Pilze Das ist natürlich fair Oh Gott sind die nervig Pokéblume Oh So So Ich habe ich nie aszla Oh Ich habe ich nie aszla 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 die erkennt wenn er mit dem anderen ich glaube ich weiß mit dem mit der linken Seite macht dann macht er das was du springt und mit der rechten Seite wo du drüber springen musst ich denke mal das musst du jetzt erkannt haben jetzt stehen bleiben nee du hast das musst du nicht erkannt oder will sie auch nicht die geben immerhin gute Erfahrungen so, Peach ist durch die Röhre wir sind ja eigentlich erstmal hin oder ja, aber können ja nicht immer noch Peach weiter so, wir sehen die kann mal leichter werden auch wenn sie ja komischen Sandsturm machen oder was geht kann man ja immer noch erkennen naja, das geht wenn man jetzt komplett nachher viel machen müsste und man würde es überhaupt nicht erkennen das wäre schwierig, aber so man kennt es ja halt immer noch so, danach haben wir ein Level ab oh, jetzt habe ich zu früh ich sage es noch nicht gleich zu früh ich muss zu spät, da ist zu früh aber so dann ist die lurch, wenn du die Lose yo, 24? jo, 24? ja, woher jou? so waren wir das wenigste bei Bipi. Bipi. So. Luigi-Geschwindigkeit wahrscheinlich. Ne, auch Bipi. So. Da ist es doch. Mensch, jetzt los ich nochmal weg. Okay. Wie oft muss man dich eigentlich retten? Dankeschön. Zeit weiterzuziehen. Jetzt muss ich auch noch... Jetzt muss ich auch noch weiterleiten. Ich kriege eine Macke. Wie soll ich? Das ist ja nervig. Bipi, jetzt komm. Oh Gott, ist das nervig. Dankeschön. Jetzt geht's weiter. Oh Gott, ich muss immer... Mann. Da muss ich mal viel schachten. Das hebt mir weiter und weg. Oh Gott, ey. Kann ich nicht selber zweifeln? Kann ich nicht selber zweifeln? Mann. Piet, ich will... Oh, das war der anstrengend wie sonst was. Kriegt das einfach nicht hin? Ey, scheiße. Ich muss sie mal mehr beobachten, damit ich jetzt rauskriege. Ist er jetzt macht er da? Dachte ich... Ah, ey, ich verstehe dieses Muster einfach nicht. Bin ich so blöd, aber das zu erkennen? Solo-KP und wenn, würde ich dir jetzt nicht weg? Na gut. Oh Gott, das ist sehr nervig. Hümmel-Zwinn ist das nervige. Ja, retten muss er halt mal schnell. Ich bin euer Sprung. Gib doch Mario im Pils. Oh. Du musst halt einfach im Brechenmoment reagieren, ja. Let's-a-go! No! Das war's für heute. 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 Wie? Ich weiß nicht. Also wenn ihr das Video seht, schreibt mir bitte mal in den Kommentaren, wie ich das erkennen soll. Wann die die aufstupsen lassen und wann die die normal werfen. Ich erkenne es nicht. Also wenn das ist, bitte schreibt mir das mal drunter. Das gibt's doch ja auch nicht. Man kann nicht mal eine Minute... Man kann nicht mal eine Minute hier wechseln und dass die entführt wird, ey. Das ist doch so lächerlich, ey. Junge, ist das nervig. Besten, ich lasse immer schnappen, damit ich mich jetzt in Ruhe erkunden kann, ja. Das ist aber die Kaktus zu stören. Da eben. Der bist du am meisten im Sack hier. Will euch, ich krieg das nicht raus. Ich guck mal das, wenn ich das nicht schnitten habe. Guck ich mir auf jeden Fall mal an, ob ich da einen Unterschied erkenne. Wie gesagt, dann schreibt mir das bitte mal. Wie gesagt, dann schreibt mir das, wenn ich das nicht schnitten habe. Das musst du ohne Peach machen. Wie würdest du das mit Peach machen, ey? Ganz ehrlich. So, jetzt habe ich Peach mal wieder. Nein, du sollst. Komm jetzt mit. Ich muss das jetzt nicht... Ich muss das nochmal mit Peach machen. Das ist jetzt nicht ernst, oder? Ey, ernsthaft. Ich muss das schlafen, ich... Ich muss das schlafen, ich... Schnell! Ist die wohl noch fort? Dann seid ihr hoch! Oh... Wie weit geht denn das noch, ey? Egal, aber ich find's mir in Ruhe Na ja, ich hol sie mal gleich wieder Das müsst ihr ja nicht ständig sehen hier Wie ich Kriegspielfeier Komm mal wieder mit Ah, Peach Nein Hier lang Komm jetzt Jetzt sind wir jetzt wohl mal da Jetzt ist sie Oh, Gott sei Dank Little Town statt der Toteinwanderer Little Town ist gleich davon Ich kann nämlich jetzt kurz umgucken Ohne, dass sie wohl entführt wird Ich bin vielleicht noch mal da Und dann ist die Die Ohne Sieh! Ich bin ich Ich bin ich so könnte jetzt sehr dank das sind immer erst los so einen großen schaffen wir nicht das ist doch mario wir sind gerettet geröllinger level 23 da wird irgendwas da wird feuer und nicht springen können mit dem hammer zerbersten die kanal durch flakuro b b a a b und dann nur a So, aufs Puder. Oh! Oh! Ich habe leider keine Paar-Tage in alle Gegner, das wäre doch gut. Oh! 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 Ah, ja kommt ja nochmal! Was soll denn das heißen, dass wir da? Das sieht man nicht. Was ist das hinten? Oder ist das da richtig? Das heißt, was da richtig ist. Was ist das? 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 Ah, jetzt schützt er sich, oder? Ah, der, gut. Ich muss ruhig wissen. Ich muss ruhig den richtigen treffen. Sehr, ja. Da. Oden. Genau, der. Ah, sag. Immer noch der oben. Der, ja. Von da. Oh! Scheiße! Nein! Nein, scheiße! Alter, sagst du ja nur Mario Bros. Drei Bros. Drei drauf things. Osk,对! Ist ihr Puff? Noch nicht. Hätte auch viel aussehen. Ah, mir zählt Puff, ey. Hätte immer noch nicht, ey. Hätte eigentlich aus. Unten, glaube ich. Ich hoffe, ich habe hier geguckt. Guck mal, der zäher Kampf hier. Das ist ein Stein. Ja, den muss ich immer zerschlagen haben. Oh, ich habe ihn. Er ist Steinhose. Ah, toll. Hier hat es nicht ganz gereicht. Hatter Kampf, muss ich sagen.